Hallo allerseits und willkommen zu theoretisch der letzten Folge von Shadow Warrior und ähm, was war denn das? Irgendwas hat mich grad davon abgehalten hier weiter zu gehen. Blöde Steine hier, die halten mich sogar vor dem Kampf hier ab irgendwie. Und ich ähm, wen muss ich hier nochmal umhauen? Ähm, ach ja, Enra, genau, stimmt ja, die Pappnase. Wo ist er denn? Hallo? Enra? Was? Enra, wo bist du? Das ist nicht Enra. Aber die Rüstung, die ich erwartet hab. Ähm, 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 ja. Ja, super Shotgun, die bringt mir auch viel hier gerade. Ja, MG, äh, MG, MP, ja, das ist ganz nett. Na, kann man auch mitnehmen. Nein, bleibt da hinten. Naja, für die Pistole was wichtig ist. Ist klar, für den Flammenwerfer war zwischen damit. Ja, Kettenwerfer ist schon ganz nett. Nein, schon wieder Pistole. Äh, was, was war das? Keine Ahnung. Lass mich doch mal in Ruhe. Sag mal, ich hab hier zu tun, ja. Siehst du das nicht? Da hat Munition. Ne, das war keine Munition. Ah, MP. Nein, doch, ihr. Haben wir. Haben. Noch mehr Munition. Oh, ein bisschen mehr für die MP. Mit der lohnt es sich, weitaus besser drauf zu ballern. Ah, da. Nein. Das dürfte theoretisch reichen. So, und jetzt schön auf der Kia drauf. Komm schon. So, und jetzt auf die, auf den Bolzen. So, schöne Nagel. Schöne Nagel? Schöne Nagel, ja, ja, ja. Deutsch sprechen ist nicht so mein Ding, weißt du. Also, stattdessen blubber ich einfach mal, einfach mal, genau. Einfach mal nur ein bisschen vor mich hin, ne. Ja, rumblubbern bringt mehr als nichts tun. Ich weiß. Nein. Haben will. Achso, hab ich schon. Nein, den triffst du nicht. Oh. Und das, das Ding triff ich auch nicht. Na, na, komm schon. Immer schön drauf, da. Nö, noch nicht um mich. So, sag mal, sehe ich aus wie ein Fußabträter, oder wat? Bin ich ein Football, oder wat? Nein. Sag mal. Nö, bewege ich doch den Arsch mal so hin, dass ich dich da treffen kann. Nein. Ich muss nachladen. Na, komm schon, na, komm schon, na, komm schon, na, komm schon, na, komm schon. Ja. Komm, ich will das Ding nicht noch mal kaputt machen. Nein, 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 komm, 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 verdammt. Nein. Warum? Warum muss ich das Ding jetzt noch mal machen? Na, komm schon. Dress mich nicht. Boah, verdammt. Mach mich nicht nach, Loving, ich sag dir selber, verdammt, ja. Na, komm schon, na, komm schon, na, komm, Mann. Bin doch kein Ball. Ach, jetzt, 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 jetzt. Na, komm schon, na, komm schon, na, komm schon. Nein. Jetzt aber. Na, der hat sich mit dem Flammenwerfer. Ist das ein treasures? Ja. Schön drauf da. Ja. Ich, ich hab nix gesagt. Na, komm schon. Komm, komm, komm. Na, Mensch. Du sollst nicht kommen, du sollst, das, mach das Ding auf. kommt macht das teil auf macht die rüstung auf macht hatte ich den klunkersee ja schon besser auch jetzt und jetzt und jetzt auch komplett in den druff da ist ein paar nägel in deinem kristall ja das war's wohl ist wert genau doch doch muss aber glauben es bin ich noch mal Äh, ich hau den Typen jetzt nicht nochmal um, oder? Nee, das sieht nicht so dann aus. Ja, was ist denn? Ist dein Spielzeug kaputt? Selber schuld. Und nun? Hallo? Äh. Äh, okay, ich glaube, ich mache mit dem Boss hier jetzt gar nichts mehr. Ich kann ja sogar drinstehen. Was war denn das? Äh. Wie geil ist das denn? Wie geil. Aber funktioniert mit denen nicht. Hm. Das ist ein Bolzen, kann ich den mitnehmen? Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich wieder zurück? Äh. Nee, offenbar nicht. Muss ich dann da wieder zurück? Mal gucken. Ich glaube, das ist dann überhaupt der einzigste Weg, oder? Wobei... Käpt'n... Käpt'n, was weiß ich was? Käpt'n, ich fliege mal weg. Ist ja da hinten hingeflogen irgendwo. Äh, ja. Ja, jetzt anscheinend irgendwie weiter, aber... Mach ich denn jetzt da irgendwas mit dem, mit dem einen Mädel da? Ich meine, ich habe ja jetzt die drei Schwerter zusammen und, äh, rein theoretisch müsste es ja jetzt was gemacht werden, oder nicht? Wer liegt denn da? Ist das Hoji? Sag mal, Hoji, wo kommst du denn jetzt wieder her? Erst haust du ab, jetzt bist du wieder da? Du bist auch so ein Cheater, ey. Hier. Was ist passiert? Wo ist Emma? Ich habe Zing, seine Körper, in der Fall. Gut. Dann ist es fertig. Es ist nicht fertig. Nichts ist fertig. Ich weiß, wo er ist, und ich glaube, dass wir Zeit haben. Ich habe dir gezeigt, weil du nicht so ein Schwerter. Und weil ich dachte, dass ich dich verhalten konnte. Dass du stark war im Körper, aber nicht im Gehirn. Aber ich bin falsch, Luwenn. Du kam zurück für mich. Um zu kämpfen, um zu kämpfen, um zu kämpfen. Du hast bereits gewonnen. Du hast bereits gewonnen. Es tut ihm leid, hast du das gehört? Hallo? Ähm, gibt keine Umarmung. Nein, nein, lass mich, hau ab. Die Lieblingsbrüche. Ich werde immer wieder erinnern, den Tag, wo ich dich erst gesehen habe. Und während ich dich versuchte, schau dir ein Spiel auf deine Tür aus kompatschung oder curiosität. Ich hätte nie gesehen, wenn du nicht anders gesagt hast. Es ist jetzt egal. Unser Gehirn ist bekannt für alle. Ich habe nicht erwartet, dass du dich fühlst. Aber du hast. Und deine Träume nicht mehr fließt. I barely felt my punishment. It was nothing next to the pain of losing you. And at least the rain was back. But I say fuck the rain, I'm finished with Enra and his world of obedience, of slavery. You choose solitude, I'll give you solitude. And poor Zing will seal this wretched bargain. My heart splits, but there is no other way. I will always remember the day that led me to you. And that is why I must bury your memory. I will not be pulled by pain. I will die free. My world is at your mercy, Lo Wang. If this is victory, then you and my brother have won. If this is confession, phone langers, phoneשותie, physicalcats. And no doubt be sayinzy, you need to betray it. I amupBeautiful. If this is release, then you will. Das Liedertal passt mir jetzt überhaupt nicht mehr hierzu. Und wenn ich das jetzt richtig irgendwie bemerkt habe, dann geht das hier eigentlich die ganze Zeit um irgendeine Art Beziehungskiste, oder was? Oh, die waren mit ihr hinten zusammen, oder wie? Aber wieso sagen die hier alle Bruder und Schwestern? Ist das hier irgendwie so ein komisches... keine Ahnung. Ich glaube, beim Mönchen sagt man doch glaube ich auch irgendwie Bruder bzw. Schwester, oder? Dabei haben die Leute miteinander gar nichts zu tun, eigentlich. Wenn dem so ist, dann geht's ja noch. Ansonsten wäre es ein bisschen komisch. Oh, gee. Meint ihr wirklich Bruder und Schwestern? Antworte! Naja. Dann hol ich aus dir die Antwort raus. Ui, du guckst aber grimmig. Ich mach mal den weißen Punkt da rot, ja? Darf ich? Darf ich? Egal, ob du nein, ja oder nein, sei es macht trotzdem. Oh, schön rot. Oh, doch nicht. Aber jetzt. Wow. Mann, kam da ein Wind aus seinem Hals. Oh. Was? Mädel, wo bist du? Vor allen Dingen... Wo sind die Leiche von den Typen? Und wo ist Sosie? Sag ich, hier verschwindet auch alles hier, oder was? Ich weiß ja nicht, explodieren Dinge? Irgendwann explodiert das Teil. Da bin ich mir sicher. Aber sowas von. Hä? Noch eine Flüsterin? Oder schon wieder die Flüsterin, oder was? Ach nee, das... Ach nee, warte mal, Quatsch. Das ist jetzt das Mädel da. Okay. Hi. Ah ja, sie weint wieder. Demzufolge auch Regen. Ich traue Low Vang überhaupt gar nichts zu mit dem Teil deiner Hand. Und, äh... Ja. Die beiden da, und, ähm... Wieso geht die Kamera zurück? Ach, das Ende. Ach, 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 okay. Ja, dann traue ich erst Low Vang erst recht nicht zu, weil jetzt geht die Kamera weg, und jetzt passieren Dinge, die wahrscheinlich lieber nie gesehen werden sollten. Äh, 100 pro. Ungefähr... Na, ja, na. Jetzt. Dinge, die nie gezeigt werden dürfen. Niemals. Nein. Albträume. Der Orts... Ach, warte mal, ist da unten Wasser? Nee, oder? Oder? Nö. 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 Menno, ich will das Meer... Wo, da ist das Dorfwasser? Ich will das Meer haben! Ich will das Meer haben, dass da unten Dinge herum ist, damit das besser auszut. Will ich haben. Sofort. Jetzt sofort. Haben will. Naja, werde ich wohl nicht bekommen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, mit diesem... Dass die Person irgendwie... Genau, einmal aus Men in Black war das gewesen. Ich glaube, ja, Men in Black 2, da war, glaube ich, sowas gewesen. Dann war, glaube ich... Wo war das noch? Ich habe das irgendwie ein paar Mal schon irgendwo gesehen. Äh, ja... Hm, fünfte Element bedingt, sage ich mal. Da war das eher Verbindung zwischen zwei Personen, glaube ich. Theoretisch, mehr oder weniger. Halbwegs. Zu 450. 450. Und, äh, wo war das noch? Ich kenne da so ein paar Sachen, aber mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein. Hm. Naja. Das war wohl Shadow Warrior. Und während das, äh, während die Kamera, meine ich, hier mal schön wieder zurückgeht und das nette Bild hier von sich gibt, schiebe ich mal die Maus zur Seite, die man ja leider sieht. Wobei, kann man nicht sehen? Weil wenn ja, ich würde gern das Wasser bis hier oben stehen haben, ungefähr. Würde doch ganz nett aussehen, oder? Wenn bis hier Wasser wäre. Äh, äh, jetzt ist die Maus nach oben gegangen, aber egal. Naja. Während sie wieder reinzoomt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe, es, äh, hat euch allen gefallen, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018